Musik Ihr könnt euch nicht diese Musik anhören und könnt mir nicht sagen, dass ihr nicht diese Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Banjo-Was-Weiß-Ich-Was-Vibes habt. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich bin so glücklich über dieses Spiel. Ihr könnt es mir wahrscheinlich ansehen, wenn ich dieses Spiel spiele, wie froh ich einfach bin darüber. Und wir haben beim letzten Mal... Hallo erstmal und willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben und wir haben einen neuen Move gelernt. Und diesen neuen Move wollen wir heute natürlich direkt noch einsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und... So, ich wollte die Lautstärke hiervon ein bisschen runterstellen. Ich glaube, so ist das in Ordnung. Schätze ich. So, hier können wir nämlich auch... Hoch. Perfekto. Ich weiß gar nicht, was wir hier oben finden werden. Ich habe nur gesehen, dass wir mit dem neuen Move hier hochkommen. Dann dachte ich mir, das möchte ich gleich mal ausprobieren. Und hier finden wir... Absolut gar nichts. Ich kann mir halt vorstellen, dass es hier irgendwo weitergeht, aber ich würde... Ich weiß halt nicht, wo es weitergehen soll. Weil an dem Seil kann man sich da vielleicht mit einem späteren Move dran festhalten. Das wäre halt das Einzige, was noch möglich wäre. Können wir nochmal einmal da hochschauen. Wo es da sonst noch weiter lang gehen soll. Ne. Darum ist einfach nur das Teil. Well. Not so... Spannend. Aber okay. Ich kann jetzt wenigstens sagen, dass wir uns da vorne mal umgeschaut haben. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt da lang, wo wir wirklich lang gehen sollen. Und zwar, wo wir unser Pagy einlösen können. Den süßen. Der süße Pagy. Oh, das ist so süß. Yuka und Laylee. Passen wirklich perfekt hier. Zusammen und in diese Welt natürlich. Sehr, sehr schön. Dann wollen wir nochmal schauen, wo unsere erste richtige Welt aussieht. Außerhalb von diesem ganzen Tutorial. Und von den Hivery Towers. Waren es die Towers? Hivery Towns. Hivery Towers. Ich hatte recht. Dass das möglich ist. Hier können wir nicht gegen, ne? Schade. Da ist immer noch der Vizepräsident. Der sollte ja eigentlich entfernt werden. Aber anscheinend durfte er doch noch ein bisschen da bleiben. Zumindest kurz. Hippie. Hallo. So. Schau, Laylee. Ein Pagy in einem Käfig. Unglaublich. Der Arme. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Hilfe. Kapital B's Firmi-Schergen haben mich in diesem Metallgefängnis gesperrt. Diese Zettel sind ganz schön aufdringlich. Also los. Sag uns, wo der Schlüssel ist. Es gibt keinen Schlüssel, um den Käfig zu öffnen. Muss ein Puzzle in der Nähe gelöst werden. Aber den dafür nötigen Trick hast du noch nicht gelernt. Okay, Pagy. Dann kommen wir später wieder. Jetzt fängt es also quasi schon an. Ah, guck mal. Wir müssen bestimmt hier irgendwie mit Feuer oder irgendwas Pagy auslösen. Denke ich einfach mal. Weil da sind alle Buchstaben, um Pagy zu formen. Ich find's schön. Hier kann man sich nämlich wieder überall selber umgucken. Ohne dass man jetzt ein direktes Ziel hat, wo es genau lang geht. Willkommen. Ihr habt den ersten Großwälzer erreicht. Die Großwälter sind magische Portale zu neuen Welten. Ivory Towers scheinen viele davon zu haben. Aber nur wir Pagys können sie für euch freischalten. Stell dich auf den Schalter. Wenn ihr genug Pagys gesammelt habt, können wir ihn für euch öffnen. Ja, ja, und dann gehen wir hinein und retten mehr von euch, was? So ist es. Aber vergesst nicht, Trousers aufzusuchen, wenn ihr drin seid. Ich glaube, die Tricks, die ihr verkauft, können euch bei eurem Abenteuer helfen. Dann wollen wir doch mal, wa? Es wird ein Pagy kosten, diese Welt freizuschalten. Möchtet ihr die Stammblocktropen freischalten? Auf zu den Stammblocktropen. Here we go. Ui. Kehrt hierher zurück, dann erzähl ich mehr über die Großwälzer. Ich glaube, wir wollen da jetzt aber erstmal reingehen. Das Abenteuer beginnt. Ihr lest es selbst da unten. Upsala. Wenn wir den Buch schon gelernt haben, können wir den auch kurz einsetzen. Gibt es hier sonst noch was, was wir tun müssen? Da sind ein paar Knöpfe. Hier werden weiterhin Bücher eingesaugt. Okay. Da kommen wir später, denke ich mal, rein. Also. Auf geht's in den ersten Großwälzer. Wenn die Stoniker können für besondere Modifikationen freigestellt und angelegt werden. Okay. Sammle Pages, um in Capital B's Konzentration... Sammle Federn, um Trousers Tricks für Fortgeschritte zu kaufen. Also müssen wir wirklich immer die Federn sammeln. Stammblocktropen. Unser erstes Level, wo wir 200 Federn sammeln müssen. Was echt immer noch ganz schön viele sind. Halleluja. Geht's hier runter? Da geht's wirklich runter. Will ich da runter? Ich weiß es nicht. Ich will da runter. Hallo? Ghostwriter sind wir. Haben ein Buch verfasst. Befreit alle fünf. Den Schatz du dann hast. Oh, die reden auch in Reim. Ist das schön. Einen Geist hast du. Das ist recht fein. Doch nur mit neuer Taktik kannst du alle befreien. Ghostwriter. Wie genial. Die Feder lasse ich mir da unten natürlich nicht entgehen. Hallo? Muss ich jetzt natürlich immer gut auf dem Schirm haben, wo man alles lang gelaufen ist. Wie damals auch schon. Dass man nicht vergisst, wo es noch ein paar Federn gibt und wo wir schon welche gefunden haben. 22 haben wir schon. Halleluja. Das ging fix. Ist das nicht noch ein Ghostwriter da vorne? Oder wer bist du? Hey, da haben wir dich. Ein weiterer Ghostwriter. Sehr schön. Und die Musik und die Soundeffekte und einfach alles. Ich spiele gerade gefühlt Banjo-Kazooie. Aber in neuer Grafik mit neuen Welten. Und ich bin einfach unfassbar froh und glücklich. Halleluja. Tschüss. Tschüss. Das war es dann auch schon mit euch. Wie haben wir da vorne denn? In einer Wolke. Verschanzt. Hallo. Wer bist denn du? Oh. Ihr seht aus wie ein flottes Paar. Hallo. Das hier ist Lady und ich bin Yuka. Und wer bist du? Ich bin Nimble. Ihr beide seht echt sympathisch aus. Seht, ne? Wir wollen nur mal sehen, wer am flottesten ist. Bei einem Rennen auf meiner Bahn, meine ich. Wir machen überall mit, wo es um ein Pagy geht. Was meinst du, Yuka? Ja, na klar. Geht klar, Nimble. Machen wir ein Wettrennen. Ein Cloud-basiertes Rennen. Wie modern. Cloud-basiert, versteht ihr? Weil Cloud-basiert und nicht auf einem Server gelagert. Es ist... Selbst die Anspielung sind der Wahnsinn. Los geht's. Anschnallen bitte eine Runde. Eine Runde, wer zuerst alle Tore bewältigt hat, gewinnt. Und los. Ich werde mir direkt mal einen kleinen Vorsprung holen. Zumindest hoffe ich, dass ich hier einen Vorsprung kriege, wenn ich hier so Gas gebe. Ich weiß nicht, ob das kontraproduktiv ist, wenn wir so viel Gas geben. Ich hab ein bisschen Angst, dass sie das jetzt noch aufholen kann. Kann sie halt wirklich? Das heißt, wir hätten die ganze Zeit die Dings sammeln müssen. Wie viel füllen die denn wieder auf? Voll! Wir können's noch schaffen, oder? Scheint genug Federn für meinen ersten Trick gefunden. Schau in meinem Büro vorbei. Komm schon, wir holen das noch auf. Wir holen das noch auf. Wir haben's halt wirklich noch aufgeholt. Wie grandios! Beeindruckend! Unfassbar, dass ihr vor mir das Ziel erreicht habt. Tja ja, her mit dem Pagy, du Zuckerschnute. Ja sicher, dem Sieger gehört die Beute. Ihr beide habt es verdient. Ja, hat sie gerade die Pagy auf uns drin... Okay. Danke! Wir können kein Rennen mehr machen, wenn die Bahn in diesem Zustand ist, Dummchen. Komm nächste Saison wieder. Okay. Dann machen wir das doch. Vielleicht kann man hier ja wirklich die Saison ändern. Das wär interessant. Damals gab's ja auch diesen komischen... ähm... Forest, der diese verschiedenen Saisons hatte. Was ist mit dir los? Aua! Okay. Bei dir sollte ich wahrscheinlich aufpassen. Du bist nicht ganz so nett. Upsala. Das da oben klingt original wie der... wie die Feen-Sache bei Donkey Kong. Aber es ist das Büro von Trouser anscheinend. Schau an, wie krass, meine alten Kameraden. Bitte kommt in mein Büro. Was für ein Büro. Sieht eher aus wie ein zerbröckelter alter Tempel. Ach ja, kümmert euch nicht drum. Die besten Designer sind an der Sache dran. Die haben schon Preise gewonnen. Nur vom Feinsten. Wie dem auch sei. Ich nehme an, ihr seid wegen Trousers berühmten Manövern für Fortgeschrittene hier. Ja, bitte. Wir haben ein paar neue Tricks. Dringend nötig, Trouser. Super, weil ihr meine lieben Freunde seid, weil ich euch einen echten Boss-Knacker lehren. Für nun reiß ich wieder in ein echtes Schnäppchen. Moment mal, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Wir schalten Welten frei und wo gibt es uns Gratiskram? Meine Gratistricks gibt es leider nur in den Hivery Towers. In den Wälzerwelten gibt es das nicht. Schade. Sag dann, welchen Sachen ihr interessiert seid. Dann füllen wir die erforderlichen Formulare aus. Okay. Schießt, das ist super Sonarschüsse, um Geheimnisse zu zeigen. Schlürfe erst bei Objekten und schießen mit Projektilen. Ein super Trick ist das. Holen wir erstmal den Schlürfschuss. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Jawohl. Okay, Wurmy, bring uns was Cooles bei. Nun gut, seid ihr bereit? Dieses nächste Trick ist etwas ganz Besonderes. Ein wirklich toller Trick. Nur zu, raus damit. Wir müssen ein paar Magiebücher füllen. Wenn du vor essbaren Objekten wie Bärenbüschen stehst, kannst du B drücken, um sie zu essen. Toll, nicht wahr? Das ist alles. Wir hätten diese Federn für die Casino-Welt aufheben können. Ruhig Blut, Lady. Da steckt sicher mehr dahinter. Natürlich, wenn du nach dem Essen X drückst, spuckt unser grüner Freund sein Essen als Schleimgeschoss aus. Völlig nutzlos. Was willst du uns als nächstes beibringen? Wie man einen fahren lässt? Naja, eigentlich. Echsen-Senpai. Echsen-Senpai. Wir sehen uns wieder. Vergesst nicht, man kann nie genug Tricks auf Tasche haben. So ist es. Da brauchen wir wahrscheinlich eine Stampfattacke oder sowas. Jetzt auf jeden Fall wieder 30 sammeln. Was ist hier denn, kaputter Pagey? Und was stellst du da? Ich bin ein Pagey-Stück. Ich wurde von Capital Beasts Schergen zerrissen und in diesen Dschungel geworfen. Meine anderen Stücken wurden in der Nähe verstreut. Bitte findet meine anderen drei Teile, damit ich wieder ganz sein kann. Du armes Ding. Keine Bange, wir werden dich mit dir selbst wieder vereinen. Ich dachte, das hier wäre ein modernes Spiel, Yuka. Sammelobjekte sollten schon einteilig sein. Oh, schön. Also müssen wir noch drei weitere Teile finden. Das sollte aber, glaube ich, kein Problem sein. Hey. Alle besiegt. Was sagst du Schönes? Ich wette, du hast einen Namen, der irgendwie mit Gewicht zu tun hat. Sag, wie heißt du? Man nennt mich Sir Scoff-Selot. Ich bin ein stolzer Ritter. Von Hamelot. Ich wusste es. Gut, dann berichte uns mal von deiner kühnen Schatz-Quest. Wahrhaft, meine Ritter-Kameraden. Und ich befinde auf einer kühnen Jagd nach dem heiligen Schatzplatz des großen Rampo. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf vier verschiedene Orte aufgeteilt. Ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig überlastet, um sie zu finden. Würdet ihr mir helfen, meine Ritter-Kameraden und den Schatz zu finden? Ja, warum nicht? Keine Bange, Scoff-Selot. Wir werden dir helfen, deine Ritter zu finden. Hervorragend. Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe. Erlaubt mir euch einen Hinweis zu geben. Meine Füße sind nass, doch nicht in Sorge versinken. Ich werde den Firmi-Stadt schon nicht ertrinken. Alles klar, falls wir es vergessen sollten, kommen wir wieder und fragen dich nochmal. Firmi-Stadt. Da soll er nicht versinken. Oder da wird er nicht versinken. Okay, sollten wir uns merken. Ah, eins der drei Pagy-Stücke. Ich bin das zweite Pagy-Stück. Noch zwei fehlen. Moment. Hier ist ein Geist. Aber immer wenn wir in die Nähe kommen, verschwindet er. Oder? Verschwindet er einfach durchgehend. Hier ist noch ein Pagy-Stück. Wunderbar. Ich bin das dritte Pagy-Stück. Eins fehlt noch. Sehr cool. Fast erwischt. Also man kann ihn wirklich durchaus so kriegen. Ich weiß halt nicht, wann er erscheint. Oder ob wir dafür vielleicht noch einen Trick brauchen. Wir lassen den hier erstmal weiter rumfliegen. Und werden da jetzt nicht unsere ganze Zeit mit verschwenden. Oh Gott, was war da hinten denn gerade so laut? Mutter Gottes. Hier ist das Pagy-Stück. Hell yeah. Wow, das sind alle. Und jetzt kommt zurück und setzt mich zusammen. Gerne. Hallo. Ihr habt alle meine Stücke gefunden. Endlich bin ich frei. Aber nicht lange, Goldchen. Oh yeah. Tada. Haben wir das auch schon an uns gerissen? Wundervoll. So. Layli freut sich auf jeden Fall anscheinend schon gerade sehr. Was bist du denn? Warum bist du so eine besondere Blume? Tut mir leid. Ich habe mit dir nichts zu tun, Echse. Okay. Dann nicht. I guess. Schön die ganzen Federn sammeln. Gleich können wir uns übrigens einen neuen Skill leisten, wenn wir jetzt noch sieben Federn finden. Das ist jetzt ja gleich schon so weit. Hopp, 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 hopp. Oh Gott, wie hoch geht das denn hier? Ich glaube, wir klimmen gerade einen riesigen Berg. Die Musik wird auch immer dramatischer. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Komm schon. Als ob man hier nicht hochkommt. Ah, hintenrum. Okay, natürlich. Das wusste ich. Ich wollte euch testen. Hey. Ich bin auf dem höchsten Punkt der ganzen Map. Wow. Die Map ist ganz schön groß. Halleluja. Irgendwie sah die von... vom Anfang aus viel kleiner aus. Aber ich möchte mich hier besperren. Große... Autsch. Große Maps sind schön. Aua. Scheiße, hab ich mich jetzt gerade hier irgendwo hingebackt. Hell yes. Zweiter Part. Und Yannick hat sich irgendwo hingebackt. Wunderschön. Zum Knotenpunkt zurückkehren. Danke sehr. Das ist wahrscheinlich besser. Als da irgendwie die ganze Zeit rumzulungern. Ist ja auch blöd. Niemand weiß, warum Nimbos Frau ihn für den Typhoon verlassen hat. Warum hast du das getan? Du hast dich nicht mehr gemeldet. Was ist los mit dir? Warum hast du das gemacht? Ach Gott. Eine neue Transformation. Ach ja. Es gibt hier ja auch Transformation. Ist das wundervoll. Ihr seid wieder da und lebt noch. Dieser Schlangentyp hat seine Wette also scheinbar verloren. Ja, wir... Moment mal, welche Wette? Diese Großwälzer können gefährliche Orte sein, aber es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Großwälzer wie diese hier können erweitert werden mit der Kraft der Pages, die ihr gefunden habt. Eine Erweiterung macht die Buchwelten größer und füllt sie mit zusätzlichen Herausforderungen, die es zu entdecken gilt. Klingt cool. Wie funktioniert das? Wenn ihr genug von uns Pages gefunden habt, könnt ihr euch entscheiden. Entweder erweitert ihr einen Großwälzer, den ihr schon geöffnet habt, oder ihr durchsucht Hyvery Tours nach einem neuen Großwälzer, den ihr mit uns freischalten könnt. Hm. Hm. Erweiten oder erkundern? Erkundern. Schön. Ja, ihr habt die Wahl. Die Reihenfolge ist dabei auch beliebig. Hauptsache, ihr habt bei eurem Abenteuer genug Pages gesammelt. Und wie genau nutzen wir unsere Pages, um einen Großwälzer zu erweitern, Pagy? Das ist ganz leicht. Tritt einfach auf den Schalter vor dem Großwälzer und drück auf A. Ich werde dir sagen, wie viele Pages erforderlich sind, um den Wälzer zu erweitern. Alles klar. Wir machen dann jetzt mal weiter mit unserem Abenteuer und sagen dann noch, ob wir erweitern oder erkunden wollen. Sehr schön. Freunde, eigentlich wollte ich gar nicht unbedingt hier raus. Ich dachte, ich komme zu einem kleinen Checkpoint. Aber das ist doch mal jetzt ein schöner Abschluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo, falls du noch nicht getan hast. Morgen sehen wir uns schon wieder bei Yooka-Laylee. Und ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch genauso. Oh, ist das schön, wieder in unserem Banjo-Universum zu sein. Bis dann, Leute. Tüdelü mit Ü. Bis dann, Leute.